Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition, wollte ich schon sagen, Origins. Wir sind im Lager, letzte Folge haben wir Smalltalk mit den meisten hier gehalten, außer mit Stan. Und ich würde sagen, die Reise geht weiter. Noch haben wir kein Ziel. Aber das werden wir jetzt in Angriff nehmen und wir nehmen Liliana natürlich mit, Morrigan. Ja, Stan hat uns in der Vergangenheit nicht so, also mir persönlich nicht so gefallen. Beim Schurken an sich können wir auch nichts anfangen. Und, äh, wie heißt er? Shale? Ja. Nee. Wir nehmen alles damit, die ursprüngliche Gruppe. Und wir reisen weiter. So, wir haben den Brasilienwald ja eigentlich durch. Da können wir die legendäre Rüstung, ich nenne sie einfach mal leere legendäre Rüstung. zu einem späteren Zeitpunkt holen. Okay, das derzeitige Versteck einer Bände von Kunar, ich glaube, das ist für eine Quest sogar. Sollen wir da mal hinreisen, versuchen? Vielleicht schaffen wir die Jungs, ich weiß es nicht. Bitte, wir werden sowieso nicht direkt ankommen, sondern, siehste, zwischendrin nochmal angegriffen. Direkt vor uns. Es sind nicht wenig. Es sind nicht wenig. Nee, einstar sicher. Okay. Nee. Das verm похожerisch. Wir brauchen den Tank, wenn die Liliana jetzt drauf geht. Das haben wir jetzt auch. Oh. So heil ich mich nicht. Da ist das Erd. Das ist das Erd. einen einen ab 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 Ja. Willi go, Nektar! Das ist ja, der Ogni dei zumalwart ihr. Aber um waterierst du? Ja. Nein, wieso greift er mich jetzt an? Ok, auf mich ne kleine Heilung. Aber das Tier kriegt die große. Das ist tot. Gut. Uh. Nein, wir können nicht verlieren. Gar nicht. Okay. Okay. Leben am Limit. Okay. Sonst ist hier nichts. Wir können glaube ich weiter ziehen. Jesus Maria. War hier nicht schon? Haben wir schon erledigt. Okay. Dann gehts weiter. Wo wollen wir denn hin? Flüchtlinge? Gehen wir hier nochmal hin. Dann haben wir den unteren Bereich eigentlich. So weit. Seid vorsichtig. Ich will mir jetzt nutzen. Sollte kein Problem sein. Sollte kein Problem sein. Es sei denn die Augen ist auf mich. Ich finde es toll wenn er nicht. Ich finde es toll wenn er nicht. Hallo. Oh. naja. Er ist der. Ja. Ich würde es halt ausziehen. Aber dann kommt es dann. Ja. Ich würde das nicht gut hinsehen. Also ist das kein Problem. Nein. Ja. Alles klar. Es wird immer mehr. Es wird immer mehr. Natürlich. Natürlich. Wird erledigt. Oh oh. Was soll man da durchkommen? Aus noch? Seid vorsichtig. Diese Signaturen. Gut. Ganz schön viel Glück. Natürlich. Was ist das hier? Wo ist das hier? Geht kein Grund noch weiter in diese... Doch da kann ich doch hin. Spiel. Es gibt kein Grund weiter zu reisen Explorer. Obwohl da ist. Der Zaun geht durchgängig. Wo bin ich hier aus? Hier nicht. Hier auch nicht. Okay und hier ist die Reise zu Ende. Oder auch nicht. Ne stimmt. Wir wollten ja zu den Flüchtlingen. Was? Wie geht's? Wie geht's? Was ist das? ja warte hier was ist da ja 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 da muss jetzt sterben warum passiert sowas immer mir ja das ist eine richtig Frage oh mein Gott Massaker ja ok hier war so hier war so sehr schön so eine Brasche das war ein Zwerg natürlich so richtig dem Herr Bauer sei Dank Danke vielen Dank dem Herr Bauer sei Dank Danke vielen Dank vielen Dank mhm ok wo sind wir denn jetzt was was ist so ja Vielleicht sollten wir noch mal in den Kästler gucken und uns da mal was rauspicken. Du hast zwar mit Gliener gesprochen, konntest ihre Einstellung gegenüber kämmen, das erledigt sich von selber. Das können wir nicht machen, das können wir nicht machen. Weiter auf deinen Reisen, ja die Briefe habe ich leider verkauft. Briefdextrakte haben wir eben im Lager, in der letzten Folge im Lager abgegeben. Finde fünf Schrifträumen von Bannersturm, bringe sie zur Gemeinschaft der Magier. Bringe den Gemeinschaft der Magier 10 Bindel Tiefenpilze. Finde und aktiviere die verbleibenden mystischen Orte der Macht. Sie liegen im Brasilienwald in den tiefen Wegen, in Dennerim und dem Turm des Zirkels. Finde die drei Schüler und gib ihm jeden von einem Entlassungsschreiben. Zwei von ihnen sind in Dennerim, der dritte beschafft sich ein seltenes Objekt aus Osrama. Du hast die Maleficia vernichtet. Kehre zur Gemeinschaft der Magier zurück, um deine Belohnung zu erhalten. Ja. In Dennerim erstmal nicht, weil da stürzt das Spiel ja ab. Plemets Buch auch nicht. Die Asche ist die Hauptquest. Du hast die Dunkelblut entlang der Handelsroute beseitigt, aber die Händler der Grenzkarawane waren bereits tot. Kehre mit dieser schlechten Nachricht zurück. Begib dich in das Gebiet, das auf deiner Karte vermerkt ist und bin heraus, in welcher Lage sich die Rekruten der Osthügel-Kompanie befinden. Du hast die Dunkelbrute in dem Gebiet besiegt und die Flüchtlinge gerettet, berichtet im Kirchengremium von dem Erfolg. Die Kirche hat, ohne es zu ahnen, für eine Möglichkeit gesorgt, die Pläne des Verletterslogiens zu durchkreuzen. Begib dich zu der Örtlichkeit, die auf der Karte vermerkt ist und fange seine Truppen ab. Osthügel. So. Kalendese, Dennerim, Frostgipfelgebirge. Der Wertschätzung bei fünf Vermunden kurieren in Dennerim ab und gehören an der Plexung. Todesnachstüberbringe, vier Beileidsbriefe an die Kürze. Ich verwitwende Frau Lerana beim Kalatsee. Kallehanssee. Irene an Redcliffe sowie Sarah und Tanja in Dennerim. Woher das nicht gemacht? Der Demon wurde besiegt. Ja, wir müssen die Asche von der Heiligen Andraste finden. Überzeugung ausrammert hier im Kampf gegen die... ...dennerim Flachtfeld. Bürgerkrieg. Kallehansländereien. Soldatenkipfel. Bei einer Labyrinth verlassenen Minenscheuche liegt der Soldatenkipfel. Der alte Stützpunkt der Grauen Wächter. Ostgipfelgebirge. Eine Kette von Nora, die sich im Westen im Perellen zerstreckt und eine natürliche Glänze zur Allee bildet. Was? Redcliffe, Dorf, Redcliffe. Lass doch mal eben da hingehen. Kallehanssee. Werden wir wieder angegriffen? Bestimmt. Sprechst doch gar nichts aus. Ah, er ist schon wieder. Er ist schon wieder. Er ist schon wieder. Okay. Die Quest, die keine war? Sollten wir hier eine Quest abgeben? Nehmt dies. Ihr habt es euch verdient. Okay. Er hat eine 2 Gold-Quest absolut. Schön euch wiederzusehen. Danke. Es sind derzeit keine Quest verfügbar. Aber wo war jetzt die junge Frau mit der wir reden mussten? War das nicht hier drin? Überteuertes Gesöff, Igitt! Was starrt ihr so? Kann ein Mann nicht in Frieden trinken? Willkommen zurück in der verwöhnten Prinzessin. Was kann ich heute für euch tun? Äh, ich möchte etwas trinken. Wunderbar! Wir haben hier in der verwöhnten Prinzessin eine breite Auswahl. Bitte, seht nur! Okay. Gut. Ja, dann... Was ist denn die junge Frau? Oh, die ist doch damals auch abgehauen, oder? Wir haben ja die Nadu überbracht und... Schrupp! Weg war sie! Mit denen da konnten wir ja nicht reden, ne? Weil wir da nicht hinkommen irgendwie. Ja, dann, äh... Wie sieht's denn da drüben aus? Gibt er uns darüber Input? Willkommen zurück! Möchtet ihr hinüber zum Turm? Äh, nein, jetzt nicht. Nun, ich bin hier! Ja. Okay. Dann ziehen wir weiter. Können wir denn... zu den Zwergen? Nach Norden in die freien Marschen. Stimmt, Osrama ist ja gar nicht hier auf der Karte, ne? Ja Gott, ich ahne Böses. Dann geht die Karte bestimmt hier oben noch weiter. Fluchtfeld, Bürgerkrieg. Dann wollen wir uns Ländereien. Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut, weil wir sind bei 20 Minuten. Ich schaue mich nochmal in Ruhe auf der Karte um. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke dir für das Zuschauen und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge hier siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye, bye und ciao! Ciao!